Eines meiner Lieblingspuder, und ich habe ganz lange gar keinen Puder benutzt, ist von Tease, das Suit of Armor. Das hatte ich mal in der Beautybox drin. Das ist das Staying Powder Setting Powder. Das kommt mit so einem nicht gesicherten Netz, deswegen ist hier immer was drin. Und ich mache mir dann einfach immer so ein bisschen was in den Deckel. Ich nehme hier einen möglichst schönen fluffigen Pinsel, den hier beispielsweise, und arbeite das jetzt erstmal rein. Das ist jetzt viel zu viel, deswegen erstmal schön im Handrücken. Und mit den Resten kann ich dann nämlich ganz entspannt mein Make-up setten, ohne es zu sehr auszutrocknen. Tada! Richtiger Tipp, wenn ihr, so wie ich, jetzt einer trockenen Haut neigt, wirklich Pinsel aufladen und erstmal in den Handrücken einarbeiten, damit hier nicht mehr so viel dran ist. Mein Ding auch abklopfen, weil wenn ihr zu viel habt, dann wird das sofort crusty. Wir wollen ja nur, dass das Make-up gesettet ist. Fakt mich gerne für mehr Tipps und Tricks.